Ein KfW-Kredit lohnt sich bei vielen Vorhaben. Egal ob privat oder gewerblich. So beantragen Sie einen KfW-Kredit. Planen Sie Ihr Projekt. Das kann die energetische Modernisierung Ihres Eigenheims sein oder die Digitalisierung Ihres Unternehmens. Wichtig! Stellen Sie den Antrag, bevor Sie mit der Umsetzung des Vorhabens loslegen. Bei Projekten rund um Energieeinsparung unterstützt Sie außerdem ein Energieeffizienz-Experte. Aber wo finden Sie die KfW? Die KfW betreibt keine eigenen Filialen. Das geht viel einfacher. Gehen Sie wie gewohnt zu Ihrer Sparkasse. Ihr Berater prüft die Vollständigkeit Ihrer Unterlagen und leitet den Antrag an die KfW weiter. Sobald der Antrag genehmigt ist, zahlt die Sparkasse Ihnen das Geld aus. Und Ihr Projekt kann starten. Für Sie besonders komfortabel? Auch die Rückzahlung Ihres Darlehens leisten Sie bequem über das Konto Ihrer Sparkasse. So behalten Sie den Überblick und haben in Ihrem Sparkassenberater einen festen Ansprechpartner in Ihrer Nähe. So entsteht aus Ihrer Idee mit Unterstützung eines KfW-Kredits ein fertiges Projekt. Informieren Sie sich online oder bei Ihrem Sparkassenberater. Untertitelung des KfW-Kredits ein Fertig. Vielen Dank.